Welche Bestimmungen muss der Ausbilder neben dem Berufsbildungsgesetz BBIG bei der Ausbildung beachten? Nun, in dieser Frage steckt im Grunde schon eine Antwort drin auf eine andere Frage, nämlich welche Bestimmungen muss der Ausbilder bei der Ausbildung beachten? Da müssen wir natürlich erstmal das BBIG nennen, was hier schon genannt ist. Jetzt ist hier nach einem zusätzlichen oder mehreren gefragt und die Antwort ist, er muss das Jugendarbeitsschutzgesetz beachten, wenn er bei Minderjährigen. Das ist ja häufig der Fall. Eine Ausbildung, eine Lehre fängt man an mit 16 und damit ist man vor dem Gesetz minderjährig und dann muss der Arbeitgeber, der der Ausbilder ist hier, das Jugendarbeitsschutz, J. Arpsch, Jugendarbeitsschutzgesetz zusätzlich beachten, neben dem Berufsbildungsgesetz. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020